Das glaubst du nicht? Dann mache ich das Zelt auf. Was war das? Eine Steinbock? Nein, ich nicht. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Okay. Bis dahin haben wir schon mal einen super Job gemacht. Aber jetzt stellt sich folgende Frage. Wie wollen wir unsere Kunden gerade in diesem Bereich noch umfassender beraten? Irgendwelche Ideen? Ja, bitte. Bei uns bist du nicht einer von vielen. Bei uns bist du der eine.